...Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ich bin 70. Ist das jetzt immer noch? Ne, jetzt hat er auch gehört.